Herzlich Willkommen zu Power BI Einführung Teil 1. In diesem Video erkläre ich Ihnen das Was, Warum und Wie zu Microsoft Power BI sowie deren einzelnen Komponenten. Beginnen wir mit Was ist Power BI? Microsoft Power BI ist eine Sammlung von Softwarediensten, Apps und Connectors, die zusammenarbeiten, um eine visuell ansprechende und interaktive Darstellung von Datenquellen ermöglicht. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich bei Ihren Daten um eine einfache Microsoft Excel Arbeitsmappe oder eine Sammlung cloudbasierter und lokaler Data Warehouses handelt. Mit Power BI ist es einfach, eine Verbindung mit Ihren Datenquellen herzustellen und diese Information für beliebige Zielgruppen als Bericht freizugeben. Kommen wir nun zur Frage, warum Power BI verwendet werden soll. Einerseits unterstützt Power BI sehr viele unterschiedliche Datenquellen. Des Weiteren wurde Power BI speziell für das Erstellen von Berichten konzipiert. Zusätzlich ist Power BI reich an Auswertungsmöglichkeiten und interaktives Erforschen von Datenmengen. Und Power BI Berichte werden von Web und mobilen Endgeräten unterstützt. Nun zu den einzelnen Komponenten von Power BI. Power BI besteht aus einer Microsoft Windows Desktop Anwendung mit dem Namen Power BI Desktop. Einem Software as a Service Online Dienst namens Power BI Dienst sowie einer mobilen Power BI Apps, die auf Windows Smartphones und Tablets sowie für Apple iOS und Google Android Geräte verfügbar sind. Wie soll Power BI nun verwendet werden in der Praxis? Grundsätzlich ist es immer abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall bzw. Rolle im Unternehmen. Es kann aber gesagt werden, dass Power User sowie Data Scientists primär mit dem Power BI Desktop arbeiten. Hingegen reine Berichtskonsummation reicht der Power BI Dienst aus. Für die Geschäftsführung oder Management bietet sich das Executive Reporting an, sprich diese Power BI App für Mobiltelefone oder Tablets. Kommen wir nun zum typischen Arbeitsablauf in Power BI. Dieser beginnt im Power BI Desktop mit dem Erstellen eines Berichtes. Dieser Bericht wird dann für den Power BI Dienst veröffentlicht und anschließend freigegeben, damit Benutzer von Power BI Mobile Apps diese Information nutzen können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick zu Power BI geben. In Teil 2 erfahren Sie dann weitere Aspekte von Power BI. Tschüss und bis bald. Du Gott für Podcast면에 Reichelt Das war die Bundeskernel.